ein wohlhabender Mann und einer der reichsten Leute der Stadt wurde. Ali Baba dagegen heiratete eine Frau, die ebenso arm war als er selbst. Er wohnte sehr ärmlich und hatte keinen anderen Erwerb, als dass er in einem nahen Walde Holz fällte, das er auf drei Eseln in die Stadt brachte und verkaufte. Eines Tages, als Ali Baba gerade seine Esel mit Holz belut, sah er auf einmal in der Ferne eine gewaltige Schuhe. Ali Baba beruhigte sie mit den Worten, Weib, mach dir keine Sorgen, du wirst deine schlechte Meinung von mir abgeben, wenn ich dir mein Glück erzählt habe. Er erzählte ihr die Geschichte und empfahl ihr dann, vor allen Dingen die Sache geheim zu halten. Als die Frau sich von ihrem Erstaunen erholt hatte, freute sie sich über ihr Glück und wollte das Gold zählen. »Frau«, sagte Ali Baba, »du bist nicht gestarr, er an alles andere mehr dachte, als an das, was jetzt für ihn am wichtigsten war, geschah es, dass er sich des notwendigen Wortes nicht mehr erinnerte und statt Sesam sagte, »Gerste, öffne dich!« Aber wie groß war seine Bestürzung, als er sah, dass die Tür sich nicht öffnete, sondern verschlossen blieb. Nun nannte Kasim andere Getreidearten, aber die Tür blieb verschlossen. Schrecken und Ali Baba kannte sie als solche. Als er mit dem Esel in den Hof getreten war, zog er Morgiane beiseite und sagte zu ihr, »Morgiane, das Erste, was ich von dir verlange, ist unverbrüchliche Verschwiegenheit. Du wirst sehen, wie viel deiner Gebieterin und mir daran liegt. Diese Pakete enthalten den Leichnam deines Herrn. Wir müssen ihn so beerdigen, als ob er eines natürlichen Todes gestorben wäre. Führe mich zu deiner...« »In das Haus ihres Herrn und nahm ihm das Tuch erst in dem Zimmer ab, wohin sie den Leichnam gebracht und seine vier Teile gehörig zusammengesetzt hatte. »Baba Mustafa«, sagte sie jetzt zu ihm, »ich habe dich hierher gebracht, damit du diese vier Stücke da zusammennähst. Wenn du fertig bist, bekommst du noch ein Goldstück.« Als Baba Mustafa fertig war, verband ihm die Morgiane wieder die Augen und führte ihn nach Hause zurück. »Was er tun wollte, ist es mir doch unmöglich. Man hat mir nämlich die Augen verbunden und mich zu einem Hause gebracht, von wo aus man mich nach Vollendung auf dieselbe Weise zurückführte.« »So wirst du dich doch«, fragte der Räuber weiter, »wenigstens einigermaßen des Wegs erinnern, den man dich geführt hat. Komme mit mir. Ich will dir die Augen verbinden, und dann wollen wir miteinander dieselben Wege gehen, die du gegangen zu sein dich erinnerst. Ich gebe dir dafür ein Zeichenstelle mit Rötel, in der Hoffnung, er werde es auf diese Art gewiss unterscheiden können.« Aber bald darauf ging Morgiane aus dem Hause, wie am vorigen Tag, und als sie zurückkam, entging das rote Zeichen ihren scharfblickenden Augen nicht. Sie dachte sich dabei das Nämliche, wie bei dem weißen Zeichen, und machte an die Türen der Nachbarhäuser, und zwar an die Nämliche Stelle, dasselbe Zeichen mit Rötel. Inzwischen kehrte der Räuber zu seiner Bande zurück. Alibaba leistete demjenigen, der ihm nach dem Leben trachtete, Gesellschaft beim Mahl. »Ich lasse dich jetzt allein«, sagte er dann zu ihm, »wenn du irgendetwas wünschest, so musst du es nur sagen. Alles, was in meinem Hause ist, steht zu deinen Diensten.« Der Räuberhauptmann stand zugleich mit Alibaba auf und begleitete ihn bis an die Türe. Während nun Alibaba in die Küche ging, um mit Morgiane zu sprechen, und da er nirgends Licht gewahrte, sondern überall im Hause Ruhe und Stille herrschten, gab er das verabredete Zeichen, indem er kleine Steine hinabwarf. Mehrere davon fielen auf die ledernen Schläuche. Er hörte aber nichts, woraus er hätte schließen können, dass seine Leute sich in Bewegung setzten. Dies beunruhigte ihn und er warf zum zweiten und dritten Mal kleine Steine hinab. Sie fielen auf die Schläuche, aber er fragte, »Ist es Zeit?« Ich erschrak nicht, sondern erkannte die Tücke des falschen Kaufmanns und antwortete, »Noch nicht, aber bald.« Ich trat zum folgenden Schlauche und eine andere Stimme tat dieselbe Frage, worauf ich dieselbe Antwort gab. So ging ich von einem Schlauche zum anderen und erst im letzten Schlauche fand ich Öl, um den Krug zu füllen. Als ich nun gewahr wurde, dass ich in deinem Haus 37 Räuber auszuführen vermochte, muss ich jetzt ganz allein tun. Und wenn ich den Schatz gerettet habe, will ich dafür sorgen, dass es ihm nach mir nicht an einem wackeren Herrn fehle, auf das er sich vermehre. Nach diesem Entschluss wurde sein Herz wieder ruhig und er versank in tiefen Schlaf. Am anderen Morgen wachte der Räuberhauptmann früh auf, legte ein stattliches Kleid an und ging in die Stadt. Er versah sich mit einer Wohnung. Erstens ist in dem Brote, das man bei mir isst, kein Salz. Und was das Fleisch und die Brühen betrifft, so verspreche ich dir, dass in dem, was dir vorgesetzt werden wird, ebenfalls keines sein soll. Ich will sogleich die nötigen Befehle geben. Erweise mir daher die Gefälligkeit, bei mir zu bleiben. Ich komme im Augenblick wieder zurück. Ali Baba ging in die Küche und befahl Morgiane, das Fleisch nicht zu salzen und schnell noch zwei andere Gerichte zu bereiten. Ihm den Dolch mitten durchs Herz bohrte, sodass er tot zurück sank. Ali Baba erhob ein lautes Geschrei. Unglückliche, rief er. Willst du mich und meine ganze Familie verderben? Nein, Herr, antwortete Morgiane, ich habe es im Gegenteil zu deiner Rettung getan. Hierauf öffnete sie Jogia Husseins Kleid, zeigte Ali Baba den Dolch und sagte, sieh, mit welchem Feind du zu tun hattest, du zu tun hattest.